Herzlich willkommen zum 4Players Talk. Heute geht es um Metro Exodus und eine Nachricht, die für ein bisschen Wirbel gesorgt hat. Manchmal ist es so, wir wundern uns ein bisschen über bestimmte Aufregung, die da entsteht. Und es lohnt sich wirklich, manche Themen etwas zu vertiefen, um dann zu verstehen, ist es denn gerechtfertigt, dass da jetzt so ein Review Bombing entsteht und dass Leute sich darüber aufregen, dass Metro Exodus im Epic Game Store exklusiv erhältlich ist. Bevor wir anfangen, ein paar Fakten. Epic, das ist der Laden, der berühmt geworden ist. Mit welchen Spielen? Unreal Tournament. Gears? Gears of War haben sie für Microsoft gemacht. In letzter Zeit natürlich Fortnite. Ja, vor allem Fortnite. Fortnite wird mit dafür gesorgt haben, dass Unreal unter der Ägide von Tim Sweeney im Oktober vermelden konnte, dass man 1,25 Milliarden Dollar Wagniskapital gesammelt hat. Das will man gut investieren. Es wurde sogar spekuliert, ob Epic an die Börse geht. Aber für etwas Aufsehen hat dann auch gesorgt, dass am 7. Dezember 2018 der Epic Game Store gegründet worden ist. Quasi in direkter Konkurrenz zu vorhandenen Wettbewerbern. Da ist GOG zu nennen, aber vor allem natürlich Steam. Und was ist jetzt, was ist jetzt eigentlich passiert? Deep Silver, der Distributor, Publisher von Metro Exodus, hat gesagt, dass das Spiel für PC exklusiv nur im Epic Games Store zu haben sein wird. Das ist nicht das erste Spiel, das exklusiv dort ist. Auch z.B. Genesis Alpha 1 ist zeitlich exklusiv nur im Epic Games Store zu haben, die digitale PC-Version. Man Eater, das Action-Rollenspiel, in dem man einen Hai spielt, wird auch exklusiv im Epic Games Store zur Verfügung stehen. Aber natürlich hat das bei den PC-Usern für sehr, sehr starke Diskussionen gesorgt. Vor allem natürlich diejenigen, die z.B. auch schon auf Steam vorbestellt haben. Das heißt, die Leute, die es vorbestellt haben, die bekommen ja auch dieses Metro Exodus noch. Also die verlieren nichts, sie bekommen es ausgeliefert. Nur musste Steam, aka Valve, musste Metro Exodus aus dem aktuellen Store entfernen. Das heißt, jetzt kann man es nicht mehr vorbestellen und man kann es auch, ich glaube, über ein Jahr dann eben nicht mehr über Steam erwerben. Das war auch in erster Linie der Hauptaufreger und das hat dann über einige Kommunikationsversuche seitens Deep Silver, der Hauptbesitzer von Deep Silver THQ Nordic hat sich an irgendeiner Stelle eingeschaltet. Ein Entwickler von 4A Games, den Machern von Metro, hat sich dann auch irgendwann dazu gesellt und auf Twitter und im Foren was gesagt. Das hat letztlich zu einem, zu einer ganzen Lawine an Ereignissen geführt, was letztlich dann auch darin gipfelte, dass User rückwirkend quasi die schon vor Jahren erschienenen Vorgänger Metro 2033 und Metro Last Light, nachträglich schlecht bewertet haben bei den User Reviews. Ja, das ist eine ganze Menge, was man da erstmal aufschlüsseln muss. Ja, jetzt hast du gesagt Lawine. Lawine klingt nach Gefahr, nach Lebensgefahr und nach was Mächtigem, was da so ein Hang heruntergerollt kommt. Aber wenn man mal genauer hinschaut und das Ganze ein bisschen auftröselt, dann ist es zumindest aus unserer Perspektive eigentlich nicht so ganz der große Aufreger. Wobei man unterscheiden muss. Zum einen haben wir erwähnt, dass da Leute sich aufregen, die das Spiel vorbestellt haben und dann jetzt ist ja so, die kriegen es ja noch über Steam ausgeliefert. Und auch alle Updates. Also es ist nicht so, dass jetzt nur noch die finale Version auf Steam ausgeliefert wird, sondern es ist auch so, dass alle zukünftigen Updates werden zeitgleich zum Epic Games Store veröffentlicht. Das heißt, da kann ich nicht verstehen, ich habe mein Spiel vorbestellt, ich bekomme es ja auch noch über diesen Anbieter, also über Steam. Diese Aufregung kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Andererseits ist es natürlich so, dass da ein Angebot aus einem Laden rausgenommen wird, das vorher da war und beworben worden ist. Da hat sich auch Valve natürlich aufgeregt, weil die gesagt haben, das war viel zu kurzfristig, dass uns mitgeteilt wurde, dass Metro Exodus bei uns nicht mehr vertrieben werden darf. Deswegen konnten wir euch nicht davon informieren. Diese Plötzlichkeit, die hat, und das kann ich wiederum verstehen, dann vielleicht doch bei einigen Leuten für Unmut gesorgt, die eben sagen, ja, ich habe meinen Steam Client, aber ich will jetzt nicht noch den Epic Games Store. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil die PC-User ohnehin ihre Spiele auf zig verschiedenen Plattformen spielen müssen, können, dürfen. Also es gibt den Uplay Launcher, es gibt EAs Origin Launcher, dann den GOG Launcher, Steam, jetzt dann natürlich auch noch den Epic Games Launcher. Ich kann nachvollziehen, dass das massiv nervt. Andererseits, ich bin Konsolenspieler und ich muss mir meine Sachen auch auf verschiedenen Systemen holen, wenn ich exklusive Sachen spielen möchte. Und ich habe auch irgendwie eher so das Gefühl, dass sich die PC-User ein bisschen genervt fühlen dadurch, dass eben die Exklusivität einfach da ist. Diese Exklusivitätsgrenze, die es bislang bei PC nicht so häufig gab. Andererseits, ich glaube, da merkt man dann, dass sich zwei Dinge vermengen. Einmal so, ich bin Kunde und mir wird was weggenommen, obwohl es ja gar nicht so wirklich stimmt. Denn alle, die die vorbestellt haben, bekommen Metro Exodus. Und alle, die es haben wollen, können zum Epic Games Store gehen. Aber da ist, was du erwähnt hast, es gibt ja eine grundsätzliche spielopolitische Diskussion darüber, ob Exklusivität dem Spieler letztlich schadet. Egal ob Konsolen-Exklusivitäten oder eben Store-Exklusivitäten. Nur da muss man sagen, aktuell ist der Status Quo so, willkommen in der Realität. Also es gibt diese verschiedenen Anbieter, das schmeckt mir auch nicht, dass es die im Verbund quasi gibt, dass immer weit, immer alles so aufgesplittert wird. Dass ich dann auf meinem Desktop habe ich fünf, sechs, wir haben uns daran gewöhnt, wir sind Spieletester, dass das passiert. Aber mich nervt das als Privatkunde auch, dass da so viele Anlaufstellen sind. Aber das ist eher auch so eine Bequemlichkeit. Andererseits hat das Ganze natürlich die Exklusivität, wenn man es spielpolitisch betrachtet, da kauft man wieder bei einem anderen Anbieter, der wieder seine eigenen Rechte hat, der seine eigenen Lizenzen da vermarktet. Also darüber kann man zwar auch streiten, aber was dann mit Metro Exodus passiert ist, ist das, was du angerissen hast. Die Kommunikation seitens Deep Silver, Koch und Co. war sehr unglücklich. Und die hat natürlich auch nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, weil man auch nicht so genau wusste, sind die sich jetzt eigentlich einig? Kannst du vielleicht nochmal ausführen, wie ist die Hierarchie bei diesen drei Anbietern? Also es ist so, dass Deep Silver, wenn man das mal als unterste Ebene in diesem Fall betrachtet, ist quasi ein Teil der Spiele-Sparte von Koch Media. Koch Media wiederum gehört komplett THQ Nordic mittlerweile. Das heißt, THQ Nordic ist zwar Besitzer von Koch Media und damit auch Deep Silver, nimmt aber nur sehr, sehr wenig und in diesem Fall keinen Einfluss auf Distributionspolitiken. Wo welche Spiele auf welchem System veröffentlicht werden. Jetzt gab es halt trotzdem... Aber man darf dabei auch nicht vergessen, und das ist auch eine Sache, die den Epic Game Store von Steam momentan zumindest noch unterscheidet und was auch in dieses Konkurrenzdenken mit reingeht. Der Share, also das, was von den verkauften Spielen beim Publisher oder dann auch bei Indie-Entwicklern und so weiter hängen bleibt, ist bei Epic ungleich höher im Moment als bei Steam. Bei Steam soll es sich ungefähr in einem Bereich von 30% aufhalten, sprich von einem Spiel, das 10 Euro kostet, behält Steam quasi 3 Euro für sich. Egal wie viel Marketing die gemacht haben, egal wie die das präsentiert haben. Bei Epic ist es so, oder zumindest den letzten Informationen zufolge, dass sich dieser Share nur bei 12% aufhält. Das heißt, statt 7 Euro bei Steam kassiert in diesem Fall Deep Silver 8,80 Euro pro 10 Euro. Das ist natürlich dann auch für die Bilanz und eventuelle Weiterentwicklungen und Neuentwicklungen von Metro-Spielen relevant. Also zusammengefasst, Deep Silver macht mehr Kohle, wenn sie Metro exklusiv über den Epic Game Store vertreiben. Dann gab es in der... Das ist ja einfach so Fakt. Dann wurde das allerdings so ein bisschen kommuniziert, wir haben dann natürlich auch... Davon haben dann alle was. Die Spieler haben davon was, weil wir können das Geld reinvestieren in die Marke und so weiter und ihr habt alle was davon. Und das ist dann natürlich so dieser Sprech, wo man sich als Leser dann denkt, das hätte man sich sparen können. Vor allem effektiv bringt es dem Spieler nur was, wenn jetzt Epic auch sagt, okay, wir machen das Spiel 10 Euro günstiger, als es ursprünglich bei Steam gekostet hätte. Denn als Spieler interessiert mich in dem Fall dann nur noch der Preis. Trotzdem ist es natürlich komplett legitim, wenn ein Entwickler, wenn ein Publisher sagt, wir können da einfach mehr Kohle machen, deswegen ziehen wir das darüber. Und wie ist es denn für den Wettbewerb? Ist es für den Wettbewerb in der Spielebranche eher positiv, dass Epic einen eigenen Laden aufmacht und in Konkurrenz geht zu Steam? Das hängt davon ab, von welcher Seite man aus das betrachtet. Für die Spieler im Moment eher nicht, weil für die ist es eine Mehrbelastung, dadurch, dass sie einen neuen Client runterladen müssen, nochmal irgendwelche Daten angeben müssen und so weiter und so weiter. Für die Entwickler und Publisher ist so ein Preiskampf natürlich ideal, weil im Bestfall wird jetzt Steam seine Konditionen auch anpassen, sodass nicht nur Deep Silver mit anderen Spielen, die eventuell da erscheinen, sondern vor allem natürlich auch Indie-Entwickler, die sich auch in der Vergangenheit schon häufiger beklagt haben, dass Steam einen relativ hohen Share abgreift, einfach mehr Geld bekommen. Wie viel davon letztlich, jetzt nehmen wir mal an, in der Fortsetzung oder Add-ons zum Metro Exodus investiert wird, ist wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ja, jetzt ist das natürlich so, Epic ist auch der Laden, der gesagt hat, überspitzt formuliert, Kampagnenspiele, teuer produzierte Kampagnenspiele für Solisten sind tot. Wir investieren unser, also das, was wir gewinnen, in weitere Online-Multiplayer-Projekte, Stichwort Fortnite. Das war natürlich eher so, das hat nichts mit dem Store zu tun, aber trotzdem sollte man das mit berücksichtigen. Also da wird von Epic quasi nichts zurückkommen für die Leute, die sich jetzt die ganz großen erzählerischen Abenteuer à la Uncharted und Co. erhoffen. Das ist aber jetzt wirklich nur ein indirekter Bezug. Das, was du schon angesprochen hattest, der Unmut bei den Leuten, also es gibt ja exklusive Angebote teilweise. Der Unmut ist gar nicht, glaube ich, entstanden, dass es exklusiv ist, sondern dass es erst irgendwo angeboten wurde und dann rausgenommen wurde. Das war der erste Kommunikationsfehler, finde ich. Klar ist das immer so, dass man bestimmte Dinge nicht beeinflussen kann. Der Start des Epic Games Store zum Beispiel, wann ist der und was hat man bis dahin eingetütet? Und der andere Punkt eben, die Kommunikation, dass sich plötzlich diese Anbieter, also von THQ Nordic über Deep Silver und Koch, diese drei verschiedenen, dass die sich dann alle einzeln geäußert haben und was teilweise ein bisschen widersprüchlich wirkte. Und jetzt kommt der nächste Punkt der Aufregungswelle, die dann auf den Entwickler schlägt. Auf 4A Games, die sitzen in Kiew, in der Ukraine und haben bisher alle Metro-Spiele konzipiert und sie haben einen längerfristigen Vertrag mit THQ über künftige Metro-Spiele. Da ist jetzt Folgendes passiert, da haben Leute dann, die erbost waren darüber, zum einen alte Metro-Spiele abgewertet, also mit User-Reviews und gleichzeitig zum Boykott aufgerufen von Metro auf dem PC. Das ist auch eine durchaus relevante Aufforderung, denn gerade die letzten Spiele, also Metro Last Lie und auch die Redux-Version wurden deutlich stärker am PC gekauft und konsumiert. So ganz grob liegt der Anteil der PC-User jenseits der 50 Prozent. Der Rest teilt sich dann auf die erschienene Konsolen-Version auf. Das heißt, wenn so ein Aufruf kommt, ist das natürlich, wenn dem gefolgt wird, sehr, sehr relevant. Da kann ich nur sagen, also aus meiner Perspektive, auch wenn man als Privatkäufer und so weiter natürlich andere Bedürfnisse hat und dann vielleicht verärgert ist, das ist für mich kompletter Bullshit. Erstmal bestraft man damit Entwickler, rückwirkend, das ist einfach nur kindisch, dann alte Spiele abzuwerten und einen Boykottaufruf, obwohl ich doch, wenn ich vorbestellt habe, das Spiel bekomme. Und wenn ich es haben will, bekomme ich es auch, nur zwei Zentimeter weiter auf meinem Desktop, klar, wenn ich meine Daten eingetragen habe und so weiter. Das ist für mich total kindisch. Klar, im Einzelhandel gehst du von Geschäft zu Geschäft, hier kriegst du es leider nur in einem Geschäft. Ich sehe das Problem, aber trotzdem halte ich das alles für sehr, sehr überzogen, diese Reaktion. Da dürften reine Konsolenspieler schmunzeln, weil sie das ja kennen, diese Geschichten. Noch ein anderer Aspekt ist dann hinzugekommen, dann hat sich ein Entwickler von 4A Games auch zu Wort gemeldet, der war auch ziemlich, ziemlich sauer und meinte, wenn das alles so, dadurch, dass wir das so gemacht haben, erst anbieten, dann rausnehmen, nimmt quasi die Marke Metro schon mal Schaden. Da hat er nicht Unrecht, das stimmt schon. Die Art und Weise hat es eher belastet. Und dann meint er, wenn der Boykott durchgeht, dann ist quasi, dann wird das nächste Metro vielleicht gar nicht mehr auf dem PC kommen, sondern nur auf Konsole. Wohingegen dann Deep Silver gleich eingeschritten ist und gesagt hat, nein, 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 pass mal auf, ja, wir haben das jetzt so entschieden, dass es im Epic Games Store ist, aber das bedeutet nicht, dass zukünftige Spiele nicht auf dem PC erscheinen werden. Für uns ist der PC als Plattform für Metro extrem wichtig. Da muss ich dann sagen, diese Reaktion war dann sogar die erste souveräne Reaktion, weil sie gesagt haben, er reagiert aus seinem Unmut als Entwickler über dieses Review-Bombing der alten Spiele. Das trifft natürlich jemanden, der kreativ am Start ist, sehr, wenn die alten Spieler, an denen er beteiligt war, wenn die plötzlich dann mangelhaft ungenügend und weiß was ich, 10% kriegen oder so. Wie ist das jetzt für uns eigentlich? Wie siehst du jetzt den Status Quo in dieser Lage? Ja, es ist natürlich dadurch, dass so viel in der Kommunikation schiefgelaufen ist, dass offensichtlich die Kommunikationswege Entwickler, Publisher, Distributor, Muttergesellschaft, die sich irgendwann eingeschaltet hat, nicht sehr gut miteinander abgestimmt wurden, stehen alle irgendwo ein bisschen als Verlierer da, die einen, weil sie die Chuzpe hatten, das Spiel einfach so von Steam auf Epic zu schieben, die anderen, weil sie nicht die Verantwortung übernehmen wollten. Auch die Spieler, weil die mit ihrem kindischen Verhalten jetzt auch sagen, was soll das denn jetzt, verstehe ich überhaupt nicht. Keiner steht wirklich gut da. THQ Nordic war ja auch unser Publisher des Jahres, aber ich habe das Gefühl oder wir haben das Gefühl, mit dieser großen Rolle kommen sie noch nicht so ganz klar. Also man hätte das souveräner lösen können. Ich glaube, ein Activision oder ein EA. Die hätten da gar nichts gesagt. Die hätten einfach gesagt, das war unsere Entscheidung. Genauso wie, ich kann mich noch erinnern, als EA seinen Origin Store quasi aufgemacht hat und dann seine eigenen Spiele nur noch darüber vertrieben hat, war das Geschrei auch sehr, sehr groß. Da hat EA gesagt, Leute, ihr wollt spielen? Dann holt's bei uns. Nochmal die exklusive Zersplitterung von digitalen Diensten für Spieler, die kann nerven. Nur finde ich, ist es angesichts der Tatsache, dass es so normal ist auch in unserer digitalen Kultur, dass es verschiedene Anbieter gibt, viel zu überzogen jetzt, das anhand von Metro, also an Metro ein Exempel zu statuieren mit diesem Boykottaufruf. Und für mich zum Beispiel, ich werde Metro testen für V-Players, mir ist es vollkommen schnutzpiepegal, ehrlich gesagt, ob es erst bei Steam im Epic Game Store ist oder ob es zuerst auf der Playstation erscheint oder irgendwo auf dem Toaster. Mich interessiert letztlich nur alles, was nach Press Start stattfindet. Das ist natürlich jetzt keine spielepolitische Perspektive, aber die trennen wir bewusst immer von der Einschätzung der Spiele selbst. Unterm Strich halten wir die Aufregung für viel zu groß, viel zu überflüssig für das, was da tatsächlich passiert ist. Und wenn dieses Metro Exodus abliefert in den Verkaufszahlen, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr sicher sein, dass es natürlich auch weiterhin für den PC erscheint, zumal ja auch gerade Epic diesen Bezug immer wieder herstellt.